Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ich diese Verpackungen für die Wunderkerzen gemacht habe. Ich habe letztens ein Paket von der lieben Romme erhalten. Da war ebenfalls eine Verpackung mit Wunderkerzen drinnen. Deshalb bin ich jetzt auch auf die Idee gekommen, selber welche zu basteln, um diese noch vor Silvester zu verschenken. Ich nehme mir hier ein A4 Blatt zur Hand und schneide mir einen 5 cm breiten Streifen herunter. Den Streifen kürze ich jetzt noch mal um 3 cm. Anschließend wird dann das Ganze noch bei 6 cm gefalzt. Übrigens werde ich euch den Kanal von der lieben Romy unten in der Infobox verlinken. Sie hat noch einige andere Videos, in denen sie zeigt, wie sie diverse Verpackungen bastelt. So, nun machen wir hier weiter. Ich habe das Ganze wie gesagt bei 6 cm gefalzt. Das knicke ich mir um und die Ecken oben werde ich noch abrunden. Als nächstes nehme ich mir mein Motivpapier zur Hand. Dieses Blatt ist aus einem 15 x 15 cm Block. Ich schneide mir einen 4,5 cm breiten Streifen ab und runde die oberen Ecken ab. Das Motivpapier wird jetzt auf dem gelben Streifen aufgeklebt. Nun kann man hier bei der unteren Klappe den Kleber auftragen. Hier wirklich nur einen ganz dünnen Strich auf beiden Seiten. Dann das Ganze hochklappen und festkleben. Für diese Lasche unten schneide ich mir nochmal ein Motivpapier zurecht und zwar in der Größe 4,5 x 5,5 cm. Im Großen und Ganzen ist der Rohling jetzt fertig. Man kann jetzt noch nach Belieben verzieren. Ich werde mir mal dieses Schleifenband hier rumwickeln. 4,5 cm. 5,5 cm. 5,5 cm. 5,5 cm. Damit das Schleifenband nicht verrutscht, fixiere ich es noch mit einem Klebepunkt. Hier unten in der Ecke klebe ich noch einen Klebepunkt. Das wäre jetzt die komplette Deko, die ich mache. Wie gesagt, jeder kann dekorieren, wie es ihm gefällt. Vielleicht hat auch jemand einen passenden Stempelabdruck. Und hier oben in die Lasche können jetzt die drei Wunderkerzen hineingesteckt werden. Das Ganze werde ich jetzt hier in diese Plastiktüte reingeben. Wie ihr sehen könnt, ist die Tüte viel zu groß für das Ganze. Deshalb werde ich mir das jetzt hier an den Rand schieben und das übrige Stück abschneiden. Das offene Stück werde ich mir jetzt nach hinten umklappen und mit Tixo festkleben. Somit habe ich genau ein passendes Täschchen. Und oben, da seht ihr jetzt das umgeknickte, das werde ich mir herausschneiden, damit ich dann noch die Klebelasche umknicken und festkleben kann. Und fertig wäre die Verpackung für die Wunderkerzen. Ich finde es sieht richtig hübsch aus. Wie ihr gemerkt habt, es ist auch wirklich sehr schnell und ohne großen Aufwand gemacht. Für alle, die keinen Stempel haben, ich habe mir das hier auf dem Drucker ausgedruckt. Diesen Spruch guten Rutsch und dann noch oben aufgeklebt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Musik